Mein Name ist Sascha Rabe und ich habe gerade den Unternehmensbericht 2021 der Deutschen Vermögensberatung vor mir liegen. Das siebte Mal in Folge das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Wie kann so etwas passieren, so eine Erfolgsstory? Das passiert durch Engagement. Ich habe einen exzellenten Vorstand, der hier einen Top-Job macht, der sich immer für den Vertrieb engagiert, der immer da ist für die Vertriebspartnerinnen und Partner und kluge Entscheidungen. Ja, Engagement, kluge Entscheidungen und der dritte Punkt ist starke Wertschätzung für die Menschen, die hier unterwegs sind. Diese drei Dinge sind es, die den Unterschied ausmachen und ich bin froh, in einem solchen professionellen und wertschätzenden Umfeld unterwegs zu sein. Wenn du das auch möchtest, dann ruf mich an, dann schreib mich an.